Andrea Kiewel zeigt im ZDF Fernsehgarten gerade ein strenges Muster bei ihrer Kleiderwahl. Während sie hin und wieder zu ausgefalleneren Outfits in Knallfarben greift, verwirrt ein Detail rund um ihr Styling. Wirklich vielfältig scheint ihr Stil in der letzten Zeit nicht zu sein, denn die sympathische Moderatorin trägt sehr oft Pink. Zwar sind es verschiedene Looks, doch die Farbe scheint sie immer zu begleiten. Wie zum Beispiel auf diesem Foto. Die hübsche Blondine trägt im Fernsehgarten ein hellrosa Kleid mit Gürtel. Zum Verwechseln ähnlich ist dem das nächste Outfit. Dieses Mal trägt Kiwi einen Blazer und ein Top im beinahe selben Farbton wie auf dem Bild zuvor. Der Federschmuck am Blazer fällt mit seinem dunkleren Ton auf. Zwar handelt es sich hier um eine dunklere Farbe, doch Pink bleibt Pink. In einer dunkelrosa, beinahe lilafarbenen Bluse macht die Moderatorin eine tolle Figur. Wir sind uns einig, Pink steht Andrea Kiewel sehr gut, doch allmählich wird die Kleidungswahl der hübschen Blondine eintönig. Die Fans wünschen sich sicherlich auch von den Stylisten des ZDF Fernsehgartens ein wenig mehr Vielfalt, zumal Kiwi auch andere Farben sehr gut stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017